Claudia Kade von der Tageszeitung Die Welt. Guten Morgen nach Berlin. Hallo, guten Morgen. Nun ist ja doch noch Bewegung gekommen in die Untersuchungen. Man hatte ja schon Angst, dass das möglicherweise alles versanden könnte. Glauben Sie, dass das auch an der Presseberichterstattung liegt und an den Forderungen der Öffentlichkeit, dass man doch bitteschön etwas mehr Licht ins Dunkel bringt? Ich kann mir das schon vorstellen. Das ganze Gezerre aus Karlsruhe erinnert ja so ein bisschen auch an das Muster, das die Bundesregierung im Umgang mit der NSA-Ausspähaffäre an den Tag gelegt hat. Auch bei der Bundesregierung hieß es ja zunächst, als es nur um die millionenfache Massenausspähung von uns Bundesbürgern ging, die Affäre sei erledigt. Und erst als es tatsächlich rauskam, dass das Handy der Bundeskanzlerin ebenfalls abgehört wurde, erst da hörten wir die Worte von Angela Merkel, das geht gar nicht. Und erst da wurde dann die Bundesregierung tatsächlich aktiv. Und ähnlich macht es ja jetzt auch der Generalbundesanwalt. Er will ermitteln, wenn die Berichte, die wir hören, stimmen, in Sachen Merkel-Handy. Die millionenfache Massenausspähung der deutschen, der normalen Bürger hingegen, ist für ihn bisher noch kein Anlass zu ermitteln. Ich denke, die Berichte aus der vergangenen Woche, die ja nahelegten, dass der Generalbundesanwalt nicht ermitteln wird und der anschließende Aufschrei vor allem der Oppositionsparteien hat bestimmt auch noch mal zu einem Sinneswandel geführt. Nun wollen wir in Bonjour ja auch sehen, was der Tag noch bringt. Die Bundesverteidigungsministerin von der Leyen wird eine Pressekonferenz abhalten. Da geht es um die Zukunft der Bundeswehr. Und ich sage es mal unter dem Schlagwort, unsere Bundeswehr soll schöner werden und angenehmer werden. Wie betrachten Sie diese Verteilung zwischen angenehmeres Arbeiten und mehr Verpflichtungen im Ausland? Stimmen die Gewichtsverteilungen? In den Ankündigungen der Ministerin stimmen die Gewichtsverteilungen. Aber in dem, was sie konkret vorlegt, meines Erachtens noch nicht. Natürlich ist es wichtig, die Bundeswehr zu einem attraktiveren Arbeitgeber zu machen, wenn die Wehrpflicht wegfällt. Wenn also tatsächlich die Bundeswehr auf freiwillige Interessierte angewiesen ist, dann muss man auch natürlich dafür sorgen, dass der Arbeitgeberbundeswehr flexibler wird, dass man die Soldaten nicht so häufig versetzt, dass auch Heimarbeit möglich ist, dass die Kinderbetreuungsmöglichkeiten ausgebaut werden. All das ist richtig. All das packt die Ministerin jetzt an. Aber natürlich kommt es genauso stark, ich würde sagen, fast noch stärker darauf an, dass die Soldaten einfach eine gute militärische Ausrüstung haben, dass sie sicher in ihre Einsätze gehen können. Und all das ist Ministerin von der Leyen bisher schuldig geblieben. Es sind große Rüstungsinvestitionen, die im Moment auf Eis liegen. Sie hat Milliardensummen aus ihrem Haushalt nicht verbraucht. Es droht ein Investitionsstau, was Rüstungsprojekte angeht. All das ist für die Soldaten gefährlich. Und da ist Frau von der Leyen einfach noch im Zugzwang. Sie hat die ganze Rüstungsabteilung bei sich im Ministerium personell neu aufgestellt. Das alles kostet natürlich auch Zeit. Aber ich denke, die Soldaten brauchen beides. Einen guten Arbeitsplatz im Hinblick auf Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber vor allem eben einen sicheren Arbeitsplatz. Nun muss Verteidigungspolitik ja auch immer abgestimmt sein mit Außenpolitik und natürlich auch mit dem Kanzleramt. Wie ist Ihre Beobachtung? Wie klappt diese Abstimmung? Das ist ein zweischneidiges Schwert. Frau von der Leyen hat ja Anfang des Jahres gesagt, sie möchte, da war sie sich mit Bundespräsidenten Joachim Gauck auch sehr einig und mit dem Außenminister Steinmeier, sie möchte, dass Deutschland mehr Verantwortung in der Welt übernimmt, auch notfalls auf militärischer Ebene. Und von der Bundeskanzlerin haben wir solche Sätze noch nicht gehört. Und dementsprechend verhält sich Frau von der Leyen auch jetzt zurückhaltend, wenn es darum geht, NATO-Präsenz in Osteuropa zu zeigen und auszubauen. Sie hat jetzt gerade gestern auf einer NATO-Tagung die Forderungen zurückgewiesen, die an Deutschland dort gerichtet wurden, von den NATO-Partnern das Verteidigungsbudget auszubauen, aufzustocken. Und das kann man schon auch interpretieren als Ausdruck dessen, dass die Kanzlerin Frau von der Leyen da womöglich auch zurückgepfiffen hat. Dann sind wir ja schon fast in Osteuropa und damit auch bei der Reise von US-Präsident Obama, der heute in Warschau ist und am Abend in Brüssel sein wird. Kann es sein, dass Obama Europa durch den Zwang der Ereignisse wieder ein bisschen entdeckt hat, nachdem die USA ja zunächst mal schon die Pazifikregion als neue Welt für sich erschlossen hatten? Ich würde die Äußerungen Obamas von gestern nicht überbewerten. Zunächst einmal geht es ihm um Symbolpolitik. Allein schon diese ganze Inszenierung gestern, die wir sehen konnten, deutet ja darauf hin. Er hat also am Flughafen gleich erst mal NATO-Soldaten begrüßt. Dann hat er seine Stellungnahme vor Jagdflugzeugen abgegeben. Also alles sehr symbolträchtig, sehr muskelspielartig, würde ich sagen. Aber man muss es einbetten in den Kontext. Er hat eine Milliarde Dollar zusätzliche Militärausgaben für den osteuropäischen Raum, für die amerikanische Truppenpräsenz dort versprochen. Das ist allerdings gemessen an den sonstigen US-Verteidigungsausgaben nicht besonders viel. Und man muss sehen, wir gehen jetzt in der ganzen Ukraine-Krise in eine Phase der Gespräche. Wir haben in den kommenden Tagen Begegnungen von Angela Merkel mit Wladimir Putin. Es wird Gespräche geben. Und da denke ich, wenn man das einbettet, was Obama dann gestern gesagt hat, ist das also sozusagen eine Orchestrierung zwischen Gesprächen militärischer Stärke, die man zeigen will. Aber man will Russland auch nicht komplett vor den Kopf stoßen. Obama braucht Russland im Iran-Konflikt, im Syrien-Konflikt. Ich würde die Äußerungen Obamas da also nicht zu hoch bewerten. Dann zum Schluss noch mit der Bitte um eine kurze Antwort. Das G7-Treffen heute, ist das mehr als eine Strafe sozusagen gegen den Achten? Sie meinen gegen Russland, der das diesmal nicht dabei sein kann? Genau. Ja, also ich denke, viel mehr wird es nicht sein. Die Isolation Russlands lässt sich über lange Zeit nicht aufrechterhalten. Wir sehen ja auch, wie gesagt, der Gesprächsfaden wird jetzt auch sichtbar aufgenommen. Nicht nur am Telefon, sondern es wird eben auch bei den Feierlichkeiten zum Einmarsch der Alliierten in der Normandie jetzt am kommenden Freitag Gespräche zwischen Merkel und Putin geben. Ich denke, eine Eskalation ist im Moment nicht zu erwarten. Claudia Kade von der Tageszeitung Die Welt. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Vielen Dank für's Zuschauen.